Hallo, herzlich willkommen im Hexenhaus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge möchte ich über den Umgang mit Symptomen sprechen, über neue, frische Ansätze mit Symptomen umzugehen, über seltsame Symptome sprechen, auch über seltsame Symptome. Wie komme ich da jetzt raus? Ich meine jetzt seltsame Symptome, die wirklich plötzlich und unerwartet kommen, nicht so, dass man sich sehr eigentlich hätte denken können. Überraschende Symptome, etwas, was man vorher, also nicht etwas, woran man chronisch leidet, sondern etwas, was in den letzten Monaten eben neu aufgeflammt ist, mit dem man sich neu positionieren muss. Das ist mir auch selbst passiert. Also ich selbst hatte mit dem Fußgelenk in den Sommerwochen ein bisschen zu kämpfen, was ich so nicht von mir kenne. Also meistens heilt mein Körper sehr schnell, beziehungsweise ich habe mir auch bis jetzt noch nie etwas gebrochen oder so. Ich habe mir auch diesmal nichts gebrochen. Aber trotzdem habe ich doch mehr Zeit, als ich dachte, im Sommer humpelnd verbracht und habe aber auch von vielen, ob jetzt Bekannten oder Klienten und so weiter, ganz ähnliche Geschichten gehört. Also jetzt nicht, was den genauen Krankheitsablauf, wenn man so will, betrifft, sondern dass eben Fußverletzungen gehäuft vorgekommen sind. Ein Bekannter von mir ist beim Wandern gestürzt und musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden, weil das ein Mehrfachbruch war. Das wurde dann operiert, aber auch nicht ganz richtig, also vielleicht richtig operiert, aber trotzdem ist das nicht ganz richtig zugewachsen. Also ich glaube, das musste dann noch einmal operiert werden. Die genaue Krankengeschichte weiß ich jetzt auch nicht, aber es war viel mühsamer, viel komplizierter als gedacht. Eine Freundin von mir ist beim Ausschütteln einer Decke vom Hocker gestürzt und ist aufs Knie gefallen. Das war dann geschwollen, sie konnte auch nicht gehen. Eine Klientin von mir, also die hat so ein bisschen den Vogel überhaupt abgeschossen, die ist beim Ziegenfüttern. Also ich hoffe, ich verwechsel die Geschichte jetzt nicht im genauen Ablauf. Aber sie hat beim Ziegenfüttern sich bei einem alten Baum angelehnt. Da ist dann ein, dadurch, dass der Baum schon halb morsch war, war da ein Loch und sie ist in dieses Loch gefallen, hat sich bis zum Schienbein, also die Haut da aufgeschürft, sich den Zehennagel abgestoßen, also ein Gemetzel am Fuß jedenfalls und konnte daraufhin auch nur eingeschränkt sich bewegen beziehungsweise gehen. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Also natürlich ist es so, mein Mann ist Osteopath, bei uns haben oft Menschen mit Gelenksproblemen zu tun, aber diese Häufung ist in diesem Sommer doch sehr interessant gewesen. Vor allem auch eben was Fuß- oder Kniegelenke betrifft. Also solltet ihr auch etwas gehabt haben bei Füßen oder bei den Knien oder generell beim Bewegungsapparat, beim Fortbewegungsapparat sozusagen, meldet euch, dann vielleicht machen wir eine kleine wissenschaftliche Studie dazu, was auch immer heutzutage noch als wissenschaftliche Studie durchgeht. Und das ist eine interessante Geschichte, wieso diese Symptome jetzt gehäuft auftreten. Natürlich habe ich mich bei meinem Symptom auch damit auseinandergesetzt und mir sind einige Dinge aufgefallen, die da oft eine Gemeinsamkeit sein können. Einerseits habe ich das Gefühl, dass diese Symptomlexika, die es so gibt, nicht mehr so greifen wie früher. Also es ist trotzdem noch interessant, sich das durchzulesen, aber sie klingen viel veralteter als noch vor ein paar Jahren, beziehungsweise als würde das nicht mehr so zutreffen, als wäre die Energie anders. Und was man früher meiner Meinung nach eher daraus lesen konnte, also damit meine ich Bücher wie von der Louise Hay oder von Rüdiger Dahlke, also ich habe einige so die Sprache des Körpers Bücher daheim und schaue auch immer gerne bei bestimmten Symptomen nach, okay, was ist deren Bedeutung, was ist der Hintergrund dazu. Und ich merke aber gehäuft, dass das eigentlich noch viel individualisierter geworden ist, so ein schwieriges Wort. Damit meine ich, dass man das nicht mehr so auf eine breite Masse umlegen kann und dass es durchaus Gemeinsamkeiten gibt, die mir jetzt aufgefallen sind, die aber nicht wirklich so stark jetzt in diesem Lexika stehen und dass wir, glaube ich, auch ein bisschen eine andere Herangehensweise oder einen anderen Zugang brauchen, um mit Symptomen in dieser Zeit umzugehen. Und als ich da so gelegen bin, weil ich mich nicht so viel bewegen konnte, wie ich wollte, habe ich auch ein älteres Buch wieder zur Hand genommen. Das habe ich mir vor Jahren gekauft. Das heißt Immunsymbiose. Das ist vom Dr. Klinkhardt und Ariane Sappe. Den Dr. Klinkhardt kennt ihr vielleicht aus der Kinesiologie. Und das ist ein sauteures Buch. Also ich wundere mich, dass ich es bis jetzt nicht gelesen habe, weil dafür, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe, hätte ich es aus Pflichtbewusstsein eigentlich schon längst in voller Länge lesen sollen, müssen. Und ich habe es aber erst jetzt über den Sommer gelesen und war erstaunt über die Weisheit, die in diesem Buch enthalten ist. Die beschäftigen sich nicht so sehr jetzt mit Fußbeschwerden, aber sie haben einfach einen anderen Zugang, was Krankheiten betrifft und was generell auch Infektionskrankheiten betrifft. Was wir nämlich oft tun, ist, dass wir auf einen Erreger dann losgehen, also ob jetzt mit Antibiotika oder auch mit anderen Mitteln. Und in diesem Buch, wie es schon so schön heißt, Immunsymbiose geht es eben darum, dass wir wieder ins Gleichgewicht kommen, dass wir also nicht auf einzelne Erreger losgehen und die zu killen versuchen und dann ist alles gut, sondern dass wir in ein Gleichgewicht kommen, in biochemischer und in psychischer Sicht und dass durch dieses Gleichgewicht einfach bestimmte Bakterien oder bestimmte Viren, pathogene Keime, ob es jetzt Parasiten sind, also welche Viecher auch immer, dass die sich dann gar nicht zu sehr ausbreiten. Und was mir in dem Buch besonders gut gefällt, ist, dass diese Keime eben nicht als Feinde angesehen werden, sondern durchaus als Boten beziehungsweise auch als eine Art Versuch, auf etwas hinzuweisen, auf etwas in dem Sinn hinzuweisen, da gehört etwas geregelt, da ist etwas aus dem Lot gekommen, da sollte etwas getan werden. Einfaches Beispiel, Candida-Pilze zum Beispiel treten gehäuft dort auf, wo wir einfach zu viel Zucker essen, also wo sowieso schon die Darmflora am Kippen ist oder auch wo zum Beispiel Schwermetalle gehäuft vorkommen, also das ist auch bei Parasiten so, das ist auch bei Borrelien so, dass die sich gehäuft dort ansammeln möchten, wo zum Beispiel Aluminium oder andere Toxine vorhanden sind. Das heißt, sie gehen in ein Gewebe, das nicht ganz von uns besetzt ist, das sowieso nicht ganz gesund ist. Es ist also oft ein Versuch, etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Und deshalb ist nicht immer die schlauste Idee, einfach nur auf den Erreger zu schauen und da mit Antibiotika-Kanonen-Kugeln loszugehen. Und das Schöne an dem Buch ist, dass es eben einlädt dazu, ein bisschen in einen Dialog zu treten, in einen Dialog mit den Mikroben. Also als Medium ist das dann gar nicht mehr so abwegig, nur wenn ich mit Verstorbenen reden kann, kann ich mich eigentlich auch mit Mikroben unterhalten. Ich möchte euch ein paar dieser Fragen vorlesen, die da vorkommen, einfach weil ich die so gut finde und ich sie selber nicht so gut wiederholen kann, wie sie da abgedruckt sind. Da ich aber so vorausschauend bin, dass ich mir das Buch natürlich nicht gleich hergelegt habe, sondern irgendwo hin auf meinem Tisch, muss ich mal kurz pausieren und das Buch suchen. Professionell, wie ich bin. Okay, hier habe ich das Buch. Also bevor man das natürlich anfängt, ist es gut, wenn man ein bisschen zur Ruhe kommt, die Augen schließt und versucht, sich selbst gut zu spüren und sich auch zuerst mal an den Gedanken eben gewöhnt, dass die Keime kein Feind sind, dass sie vielleicht sogar ein Freund sind, der uns etwas beibringen möchte, der uns etwas sagen möchte, der uns vielleicht auf körperlicher Ebene etwas abnimmt oder etwas beibringt, was wir auf der energetischen Ebene eben noch nicht ganz gelöst haben oder der uns etwas aufmerksam macht, was für uns wichtig ist, was wir bisher nicht beachtet haben. Ich lese ein bisschen vor aus dem Buch. Der Dialog sollte folgende Schritte als Minimum enthalten. Den Keimkörper bewusst sehen und die Keime ansprechen. Achtung vor der Aufgabe der Keime. Dankbarkeit spüren. Also der dritte Punkt kann natürlich schwierig sein, gerade wenn einem etwas weh tut. Aber diese Übung dient dem, dass wir uns ein bisschen der Ganzheitlichkeit hier öffnen, dass wir sehen, okay, wir sind ja nicht alleine in unserem Körper. In Wirklichkeit sind wir in der Minderheit, weil wir haben mehr Mikroben in uns als eigene Zellen. Von daher wäre es wirklich schlau, gut miteinander auszukommen. Und die Keime muss man ja nicht als Kugeln sehen, sondern wie ein kollektives Keimbewusstsein, könnte man sich das so vorstellen. Also wir waren bei Dankbarkeit spüren, denn der nächste Punkt wäre, ich übernehme meinen Teil der Verantwortung. Ich kümmere mich um das Trauma und die Entgiftung. Dieser Punkt ist wichtig aus zwei Gründen. Wie gesagt, da wo Toxine sind, kommen unsere Zellen nicht in ein gesundes Wachstum. Keime können sich dort bevorzugt ansiedeln. Und wo Traumata gespeichert sind in unserem Körper, auch das sind geschwächte Körperbereiche. Also mittlerweile kann man das ja mit bildgebenden Verfahren wirklich sichtbar machen, wie ein Trauma zum Beispiel im Gehirn aussieht. Aber das Wichtige ist, es ist ja nicht nur im Gehirn, also es können andere Körperregionen betroffen sein, in denen das Trauma gespeichert ist und die dann geschwächt sind. Das heißt, wenn sich Keime einen besonderen Platz suchen, ist dann schon die Frage, okay, welche Toxine könnten da sein oder welche Traumata könnten da gespeichert sein. Dann sagen wir zu den Keimen, ihr dürft euch in die Ausdehnung zurückziehen, die uns beiden gut tut. Ihr könnt eure symbiotische Arbeit wieder aufnehmen. Das heißt, wir kommen in die Symbiose zurück. Wir wollen nicht einfach nur die Keime killen, sondern sie eben auf eine gesunde Ausdehnung reduzieren. Und dann kann man sich tatsächlich diese Immunsymbiose vorstellen, wie visualisieren, dass die Zusammenarbeit zwischen den Keimen in unserem Körper, wo wir sozusagen der Obermanager sind, gut funktioniert. Und dass man da aber auch dem eigenen Immunsystem dann sagen kann, okay, jetzt ist Frieden. Eigentlich brauchen wir niemanden bekämpfen, Wir brauchen hier nur ein Gleichgewicht. Und hier ist sogar ein bisschen so ein Dialog als Beispiel angeführt, der folgendermaßen aussehen könnte. Ich wende mich an den Keimkörper der Barbesien. Also da spricht anscheinend jemand, der mit einer Barbesieninfektion zu tun hat. Ich sehe euch jetzt bewusst. Ich habe euch und eure Aufgabe bisher verkannt und euch als Verursacher meiner Symptome zu Unrecht beschuldigt. Ich erkenne jetzt eure Aufgabe und achte sie. Selbst wenn ich eure Aufgabe noch nicht ganz verstehen kann, achte ich sie und nehme sie dankbar an. Es fühlt sich gut an, euch zum Freund zu haben. Ich bin dankbar für euren Versuch, unserem Gesamtorganismus zu helfen. Vieles, was ich getan habe, hat euch geschadet. Vieles davon habe ich verstanden und werde es ändern. Ich übernehme meinen Teil der Verantwortung. Ich werde versuchen, euch so gut es geht vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Ich kümmere mich um unsere Entgiftung mit entsprechenden Maßnahmen. Ich bin euch dankbar, dass ihr eure Aufgabe erfüllt und größeren Schaden von mir abgewendet habt. Nachdem ich mich um mein Trauma und die angesammelten Gifte heute gekümmert habe, dürft ihr euch in eurer Ausdehnung wieder zurückziehen. Ihr dürft wieder den Raum einnehmen, der es euch ermöglicht, eure symbiotischen Aufgaben optimal zu erfüllen. Ihr müsst dazu nicht völlig unseren Organismus verlassen. Ihr bekommt euren Platz im System. Wir dürfen wieder optimal zusammenarbeiten. Wir stellen die Ordnung im System wieder her. Meinen Immunzellen werde ich zeigen, wie sie wieder tolerant mit euch umgehen können. So gelingt uns Immunsymbiose. Ich mache meinen Frieden mit euch und bitte auch euch, Frieden mit mir zu machen. Jetzt darf es gut weitergehen für uns beide. Das fühlt sich gut und richtig an. Und ich weiß, das ist ein ziemlicher Gedankensprung zu dem, wie wir sonst mit Keimen und Bakterien und Viren umgehen. Aber gerade jetzt im Herbst vor der nächsten Erkältungssaison finde ich das eigentlich einen sehr erfrischenden und sehr heilsamen Ansatz, dass wir eben nicht in die Gewalt gehen, nicht in die Aggression, auch nicht in diese Art der Beschuldigung. Ich bin krank geworden, weil dieses Bakterium mich so gemein attackiert hat, sondern dass wir eben wie in einem gut funktionierenden System unseren Teil der Verantwortung sehen, die Verbesserungsmaßnahmen ergreifen, die eben für alle gut sind, die für diese Symbiose gut sind. Und das Spannende ist, dass ich dann mittlerweile auch erfahren habe, dass Kräutermittel, also es gibt ja diverse Mittel aus der Natur, denen man nachsagt, sie wären natürliche Antibiotika. Ob das jetzt Knoblauch ist, Kurkumin, Oreganoöl, also ätherisches Oreganoöl, also da gibt es ja wirklich eine Reihe von Dingen, die antimikrobiell sind oder als antibakteriell, antiviral angepriesen werden. Und das Spannende an ihnen ist, dass wenn man sich mit der Wirkweise davon beschäftigt, sie in Wirklichkeit nicht so antibiotisch wirken, wie ein herkömmliches Antibiotikum, sondern dass sie eben darauf abzielen, das Gleichgewicht herzustellen. Jede Pflanze hat ja ein eigenes Mikrobiom, hat ja eine eigene Speicherung, sozusagen ein eigenes bakterielles Bewusstsein in dem Sinn oder auch einfach eine eigene Signatur. Und sobald wir diese gehäuft in den Körper einführen, hat das einfach eine enorme Auswirkung auf dieses Gleichgewicht, auf diese innere Balance. Und falls ihr euch gewundert habt, wo jetzt der Konnex ist zu den Fußgelenken, der ist genau in dieser Balance. Also es ist sehr wohl ein Jahr, also ich erlebe das ganze Jahr so, aber ab der Jahresmitte eben sehr gehäuft, wie ein Jahr des Körpers. Und diese Fußbeschwerden haben natürlich bei jedem eine individuelle Komponente. Aber was passiert, wenn wir ein Problem mit dem Knie haben? Was passiert, wenn wir ein Problem mit dem Fußgelenk haben? Wir müssen mehr auf unser Gleichgewicht achten. Wir müssen die Schritte achtsamer setzen. Wir können nicht einfach so dahinlaufen wie bisher. Wir müssen auch ein bisschen mehr darauf achten, wo wir hingehen. In dem Sinn, wenn ich langsamer gehe, wenn ich nicht so viel an einem Tag erreichen kann, muss ich auch achtsamer auswählen, wo will ich wirklich hin? Wo lohnt es sich für mich, den Weg auf mich zu nehmen? Und wo bleibe ich aber lieber zu Hause? Das heißt, indem ich mit meiner Energie achtsamer umgehen muss, weil mich der Körper nun mal dazu zwingt, lerne ich natürlich auf der energetischen Ebene sehr, sehr viel, sofern ich dafür offen bin. Ich kann mir natürlich denken, okay, wo ist der Orthopäde und die nächste Spritze? Und wo ist meine nächste Antibiotika-Ladung? Das Problem dabei ist, dass es da ja dann meistens zu einer Symptomverschiebung kommt oder dass das Symptom an sich nicht wirklich weggeht. Das merkt man ja auch daran, dass bestimmte Beschwerden dann entweder immer wieder kommen in der gleichen Form oder in Wirklichkeit nie weggehen. Also wie so eine persistierende Infektion zum Beispiel, die dann nur darauf wartet, wieder aufzuflammen. Das muss sie nicht, wenn wir sie wirklich gelöst haben. Und aus energetischer Sicht ist es schon so, dass es einfach eine Erinnerung ist an das Physische, weil viele Menschen, die sich mit der Spiritualität auseinandersetzen, haben natürlich oft so einen Drang da, zu dem Körper energetisch ein bisschen zu verlassen oder zu vernachlässigen. Dabei ist er auf dieser Ebene unser bester Freund. Also das ist unser Tool, unser Vehikel. Das können wir ohne den Körper gar nicht. Also der verdient tatsächlich viel mehr Aufmerksamkeit, als wir ihm manchmal zugestehen, weil es natürlich so ist, sobald ich energetisch im Körper bin, spüre ich auch mehr. Da spüre ich auch Dinge, die ich vielleicht gar nicht spüren möchte oder von denen ich eigentlich am liebsten weglaufen würde. Das ist ja auch der Grund dafür, warum wir dann auch so weglaufen. Also ich meine jetzt nicht joggen, wobei es schon auch diese Beispiele gibt. Manchmal, wenn ich so durch den Wald gehe und es kommt mir so ein unglücklicher Jogger entgegen, denke ich mir so, warum tust du das? Einfach deshalb, weil sie nicht besonders glücklich reinschauen. Wenn du dich schon bewegst, wenn du etwas für deinen Körper machst, dann sollte das eigentlich eine freudige Angelegenheit sein. Also die meisten Jogger zumindest in meinem Umkreis schauen irgendwie unglücklich aus, während sie joggen. Vielleicht will es ihnen doch nicht, vielleicht joggen sie zu langsam und kommen so von ihren Problemen doch nicht weg. Was aber wirklich oft zu beobachten ist, dass der Sport oder eben diese Auseinandersetzung mit dem Körper teilweise in so einem Wettkampf landet. Also dass man dann in der Zeit, wo man sich entspannen könnte, schaut man dann auf die Uhr, ob man eh die Bestzeit gerade hat. Also nicht diesen Sport habe ich gemeint als gute Auseinandersetzung. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, so wie der Jogger vom rechten Weg abgekommen ist. Wo ich war, ich wollte über diese Ablenkung sprechen, dass wir eben oft versuchen, von unseren Gefühlen wegzulaufen. Nicht unbedingt immer wirklich im Laufen, aber ob das jetzt Alkohol ist, ob das jetzt übermäßiges Einkaufen ist, ob das jetzt Netflix-Binge-Watching ist, was auch immer man da so tun kann, um sich ja nicht zu spüren. Und dieses Jahr ist schon eine große Erinnerung daran, hallo, wo bist du? Komm bitte zurück in den Körper. Der ist wichtig und der ist eigentlich unser Schatz hier, weil einfach diese Auseinandersetzung mit dem Körper, diese Symbiose, diese energetisch-physische Symbiose in unserem Körper uns unglaublich viel beibringen kann, auch über uns selbst, aber auch generell über die Welt da draußen, wie sie funktioniert, auch auf dieser spirituellen Ebene. Also wir kommen hier sowieso selten wirklich zu der totalen Erleuchtung, aber zu ein bisschen mehr Licht kommen wir eigentlich immer nur über den Körper, mit dem Körper. Deshalb ist es schade, wenn wir den so oft vernachlässigen. Und ich sehe schon diese gehäuften Symptome, die da so auftreten, tatsächlich als eine Art Erinnerung daran, als ein bisschen einen Weckruf und auch ein bisschen etwas, was man eben nicht, da kann man nicht drüber springen. Wie soll man mit einem kaputten Gelenk oder mit einem schmerzenden Gelenk irgendwo hinspringen? Man muss es langsam angehen, man muss es behutsam angehen und unser Körper ist da sehr wohl ein Tool, das unsere Seele nutzt, um uns hier an bestimmte Dinge zu erinnern, weil wir sie sonst vielleicht wieder übergehen würden. Und erst, wenn es wehtut oder erst, wenn der Körper eben wirklich streikt in einem bestimmten, ich will gar nicht Streik als Wort verwenden, aber mir fällt kein schlaueres ein, also erst, wenn der Körper da die Grenze zieht, sind wir gezwungen, auch die Konsequenzen daraus zu ziehen und auch die Lehren daraus zu ziehen. Wir würden sonst vielleicht schon wieder so weitermachen wie bisher. Und ich habe schon im Allergiebuch das ein bisschen beschrieben, dass ich das schon gut finde, sich bei Symptomen immer wieder bestimmte Fragen zu stellen. Meine Lieblingsfragen sind natürlich, wozu zwingt mich das Symptom? Also was muss ich aufgrund dessen tun? Und wovon hält es mich ab? Und allein darin sind in Wirklichkeit schon sehr viele Antworten verborgen, wenn wir da ehrlich mit uns sind. Also manchmal zwingt uns eben ein schmerzender Fuß, langsamer Dinge anzugehen. Und bei dem Punkt, wovon es uns abhält, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil das oft mit Selbstsabotage zu tun haben kann. Das heißt, wenn uns ein Symptom davon abhält, das zu tun, was wir wirklich gern tun würden, da ist es schon gut, sich anzuschauen, okay, warum ist das so? Bin ich da mit irgendjemandem im Familiensystem so stark verbunden, dass ich diese Schritte jetzt nicht gehen kann, weil mich irgendetwas innerlich daran hindert? Oder gibt es da etwas, wo ich eine Angst habe, einen Schritt zu machen, wo ich mir einerseits etwas wünsche, aber dann immer wieder doch zwei Schritte zurückgehe, energetisch und physisch vielleicht, weil ich mir doch unsicher bin, was die Konsequenzen sein könnten. Also diese zwei Fragen sind an sich schon sehr, sehr aufschlussreich. Und es gibt noch weitere, die ich jetzt aber vergessen habe. Vielleicht sind diese Symptome, also von denen ich gesprochen habe, einfach nur Alterserscheinungen. Vielleicht werde ich einfach nur alt und kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, was in meinem eigenen Buch steht. Gott sei Dank habe ich ja mein Buch hier irgendwo auf meinem Computer gespeichert. Ganz unauffällig wäre ich das jetzt nachschauen. Als würdet ihr gar nicht merken, diese, also ihr tut jetzt so, als wäre das alles ein fließender Übergang. Dankeschön. Ihr seid sehr loyale Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich lese euch den betreffenden Abschnitt jetzt vor. Den Symptomcode knacken, mit N knacken hat das geheißen. Folgende Fragen haben sich als hilfreich erwiesen, wenn sie ehrlich beantwortet werden. Was ist der größte Stressfaktor in meinem Leben? Woran hindert mich mein Symptom? Wozu zwingt es mich? Wann genau taucht es auf? Was kann ich mir aufgrund des Symptoms erlauben? Was würde mir das Symptom zu meinem Leben sagen, wenn es könnte? Und was die letzte Frage betrifft, ganz generell finde ich das hilfreich, wenn man sich zwei Stühle hernimmt. Auf dem einen Stuhl sitzen wir und auf dem anderen Stuhl können wir uns das Symptom vorstellen. Das heißt, zuerst sitzen wir auf unserer Position, schauen das Symptom an und können mal einfach ausdrücken, wie es uns geht, wenn wir es sehen. Auch wenn es zum Beispiel Wut ist, dass es da ist. Also einfach, dass man es mal benennt, wie es einem geht, wenn man das Symptom anschaut und dass man dann aber aufsteht, kurz durchatmet und sich auf die Position des Symptoms setzt, dass man als Symptom, also dann quasi sich selbst anschaut, sich selbst Feedback gibt und das Spannende ist, was dabei passiert, ist, dass man Verständnis entwickelt, also für sich selbst, aber auch für das Symptom, dass es dann irgendwie nicht mehr so gefährlich ist, wie es vorher geschehen ist, dass man sieht, okay, das will mir eigentlich wirklich nichts Böses, das will mir nur etwas sagen. Und man kann das schon öfter hin und her machen, also dass man dann wieder vom Symptom zu seiner eigenen Position geht und dann wieder zum Symptom, bis das Wichtigste geklärt ist, also bis man auch weiß, warum es da ist, bis man dann auch erkennen kann, was bräuchte es, damit das Symptom gehen kann, damit es dann nicht so wichtig ist. Und das gibt uns die Möglichkeit und den Raum, sehr viel über uns selbst zu lernen, eben über unseren Körper. Also manchmal sage ich, unsere Kinder sind unsere besten Coaches, wahrscheinlich ist es aber eher unser Körper, weil der uns am besten kennt und weil das wirklich ein Verbündeter ist hier auf unserem irdischen Abenteuer. und er macht das wirklich aus Liebe. Also es ist unglaublich, wenn man sich damit verbindet, energetisch, was der Körper alles für uns tut, wie sehr er uns lieb hat. Er macht alles mit, was nur geht und möchte eigentlich immer in Richtung Heilung gehen. Nur manchmal treffen wir Entscheidungen, die eben nicht die gesündesten sind, auf verschiedensten Ebenen. Und deshalb bleibe ich dabei, in dieser Entwicklung, in dieser Persönlichkeitsentwicklung, ist tatsächlich der Körper unser bester Freund. Und es ist gut, sich mit dem anzufreunden, noch mehr anzufreunden, sich noch besser kennenzulernen und auch gut auf ihn zu achten. Also dieses Körper, Geist und Seele kommt nicht von ungefähr. Wenn wir auch gestresst sind, zum Beispiel, und weil jeder weiß, wenn man mal gestresst ist, wenn es einem mal nicht so gut geht, wie gut einem da Bewegung tut. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, also auf wissenschaftlicher Basis, dass sich die Stresshormone dadurch reduzieren oder dass wir da einfach den Kreislauf in Bewegung kriegen, sondern rein dadurch, dass wir uns da einfach besser spüren, dass wir auch in unsere Kraft da durchkommen. Und dadurch, dass die Zeiten ja nicht gerade unanstrengend sind, glaube ich, ein bisschen mehr Kraft oder generelle Kraftreserven, Kraftressource können wir alle brauchen. Und ja, natürlich werden wir diesen Körper irgendwann verlassen. Da wäre es aber, glaube ich, schön, wenn wir das mit einem guten Gefühl machen. Also so wie wenn man ein Buch zurückgibt in der Bibliothek, dass man es in gutem Zustand zurücklässt. Also dass man sich nicht schämen muss dafür, was für ein Buch mit Eselsohren und was für ein abgeschmuddeltes Buch man da zurückgibt, sodass man fast schon eine Strafe bekommt, weil die Bibliothek sagt, das müssen wir neu kaufen. Also auch, was unseren Körper betrifft, wäre es schön, wenn wir den verlassen, auch wenn wir faltig sind und was auch immer, dass wir dann sagen können, du, das war eine schöne Reise mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du sie mit mir gemacht hast. Und euch danke ich vielmals fürs Zuhören, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt. Falls ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Beschwerden, schreibt sie gerne an podcast at magdalena-stampfer.at Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.